Der Wahnsinn Oh Bella, ich lerne Deutsch. Kannst du gut Deutsch? Ja. Gut, hast du das? Das ist für mich privat. Gut, Käppchen, erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe. Du sollst nicht mit fremden Männern sprechen. Wiedersehen, wiedersehen. Lade ihn nicht ein. Was denn jetzt? Geht das? Sorry, I'm late, I'm late. Guten Morgen. Schon wieder schmerz. Guten Morgen. Wie heißt du? Guten Morgen? Nein, 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 nein. Guten. Guten. Nein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen? Guten Morgen. Wie heißt du? Ich heiße Röt, Käppchen. Rotkäppchen, sehr gut. Wie heißt du? Wolfi Nein, nein, nein Wolf Oh, Wolf Wolf Sehr gut Sehr gut Okay, klasse Bin zu streit Bin zu streit Bin zu streit Nein, bin zu streit Ja, mein Grandmother war es bei einem Stadion Das ist wirklich cool Kann ich nicht gehen Komm, 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 du musst mit mir um 2 o'clock, okay? Got it? Nein, das ist wirklich cool Das war alles Meine Damen und Herren, ich heiße Gott Krawatchen Aber ich bin Detektive Und wir suchen jetzt Mädchen, die verschwunden sind Wir suchen den Mörder Und ich bin so verkleidet, damit man nicht erkennen kann Und ich versuche jetzt durch den Wald zu gehen Für diese Mädchen Für die Suche Information Hier steht ein junger Mann Vielleicht kann ich ihn fragen Guten Tag, junger Mann Ach, guten Tag Ich heiße Rotkrawatchen 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 Geh mal kurz Okay, Moment Geh mal mich, wir müssen erst das Team in den Wald schicken Moment Oh, oh, oh Ich habe ganz Angst Ich habe ganz Angst vor Autos Ist das okay? Angst Ist das so schön am Abend, wenn die Sonne scheint und so? Ja, es ist auch sehr ruhig Ja, es ist auch sehr ruhig Man fühlt sich ganz allein Aber du bist nicht allein Ich bin auch weit Ja, komm mal Ich kenne, ob ihr noch andere Mädchen kennt Ah, ah, ah Kennen Sie auch andere Mädchen? Andere Mädchen? Also, ich kenne eine Christine Schmidt Eine Christine Schmidt? Ich kenne keine Christine, aber die Christine Da ist eine Freundin bei dir Und Frauke Und... Das ist nicht, wie sie das auch aus Das ist um den Wald Wie heißt sie noch? Also, ich... Ich bin nicht sicher, aber vielleicht... Vielleicht könnten wir sie zu gemeinsam... Gehen wir ihn in den Wald Das Team ist jetzt da Okay, okay Gehen wir ihn ja doch in den Wald, ne? Ja, gut Gut, ja Ich mag den Wald Ich mag den Wald Hahahaha Hallo? Hallo Rotkampin, wo bist du denn? Ich bin im Badmama, alles klar Was willst du, oder bist du? Oh, da bin ich noch schlecht Kann ich hören Hallo? Ich hab so einen Durst Könntest du mir was zu trinken geben? Tellen 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 Oh, ey, ich wollte nur dir eine Fragen Die Frage zum, wie sie hier Frage zum... Krochk 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 Oh, ich bin so aufgeregt Ich habe meine Mutter zum Geduldssachen bekommen und ich gehe einkaufen. Schau mal die Klamotten an. Oh, das ist das, die Fähigkeiten. Meine Tasche, die... Oh, können Sie mir helfen? Sie haben meine Tasche gestohlen. Ja, Sie müssen Karate lernen. Oh, ich muss die Karate lernen. Ja, schnell fort. Komm, 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 komm. Okay, gut, okay. Okay, gut. Wir müssen einspielen. Oh, Klamotten, Schluss, Höchtern, 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 Höchtern! Hallo, 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 wo ist meine Oma? Ja, Oma? Und wer hast du? Und, äh, ich bin ja wohl. Was hast du da? Ich habe ein kleines Geschenk für mich, aber, weißt du, ich will nicht meine Oma besuchen. Ach, alle wollen eine Oma besuchen. Nein, ich nicht. Mein Oma ist Bosa. Ich möchte meinen Freund besuchen. Ach so. Mein Tater. Privatdetektiv. Ah, ja. Also, wenn du mir den Kopf gibst, dann bringe ich den Kopf zu Oma. Ja, super. Und dann kann ich meinen Freund besuchen? Natürlich. Ja, super. Vielen Dank. Oma. Tschüss. Oma. Oma. Oma.